und es ist wie sich bewusst in gespielt wird er ist ein letztes Jahr ich bin ich habe und soll dort kommen in einem Spiel einfach langweilig finde ich dieses preis und sind sie eingebracht haben war nicht wirklich prickelnd und so einfach erstmals und der großen Hartmut weil zum Beispiel mitnehmen weil jetzt nicht weitergeht Na ja, ich würde... Ja. Volver. Volver, Volver. Volver, wir reden mit dir. Ja, ja, was? Ja, ja. Ne, dein Name wollen wir und so klingt dann irgendwie nach deinem Namen. Ja, ja. Wahrscheinlich, ja, der Kendra ist schon weg, egal. Ist auch ein Beginn auch ein paar andere. So ein bisschen spannend sein. Aber die Typen hat nicht mal Waffen. Noch nicht mal was zum Schlagen? Hammer? Hammer hat er gehabt, ja. Hammer hat er gehabt, ja. Habe ich die noch eingesammelt? Ja, hab ich. Gut. Aber früher war es halt viel geiler, wo die Droprate noch ganz normal war. Bist du in die Stadt reingegangen, hast eine Pistole gefunden, hast ein paar Leute umgebracht, fandest ein Inventar, kannst du selbst schon wieder. Aber ich finde, die haben das zu stark runtergeschraubt. Ja, das stimmt. Also ich brauchte irgendwie sieben Anläufe, bis ich eigentlich normale Waffe hatte. Ja, das Einzige, was ich momentan finde, sind Kruger-Rifles und Kruger-Mini-Rifles. Aber das mit dem Magazin haben sie noch beschissener gemacht. Die Magazine findest du überall jetzt. Aber dafür die Waffen nicht. Genau. Und die Waffen kannst du ja nicht mehr, kannst du nicht mal mit LPC kaufen. Aber mit, äh, 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 hier. Im Moment sind kannst du das. So einen Dreck an mir, finde ich, gemacht. Aber sie, das ist noch Fallenjustierungen und so. Irgendwann kriegen sie ja auch den Däger raus. Hoffe ich mal. Oder? Hoffen wir es? Na, ich hoffe mal, dass das noch ein bisschen realistischer machen. Was willst du realistischer, Herr? Na, wie sich die Waffen verhalten zum Beispiel. Ja, die werden kaputt gehen. Und die Waffen verhalten sich eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, was stört dich an den Waffen? Ich bin ganz gut. Ja, im Moment ist es, äh, hm, wie ein stinknormaler Ego-Shooter, was die Waffen angeht. Was findest du? Ja, die Ego-Institute, äh, sind ja eigentlich, äh, darauf ausgebaut, realistisch zu sein. Was, äh, Streuung und sowas andere. Also die haben schon ziemlich die Streuung. Und hier ist die Streuung auch richtig. Also, mit einer AK haben wir auf zehn Metern probiert, jemanden, der gelegen hat, zu erwischen. Und, äh, ich hab fast ein ganzes Magazin gebraucht, weil ich dem seinen Kopf nicht erwischt hab. Okay. Ich brauche, äh, ich hier schieße manche auf so 100, 200 Meter entferne noch mit Erk. Ja, du bist ja auf der Draht. Ich bin ja nur der Volleyer. Hier in Rocky auf dem Berg wurde einer von uns erschossen. Ich hab ihn mit drei Schoßen weggeholt, den anderen. War ein bisschen Glück ins Spiel, aber trotzdem. Ich hab ihn weggeholt, alle drei Schoße getroffen. Hier ein Zombie? Na ja, wir sind hier links, links waren die. Sind wir schon vorbei. Hier, ihr wisst ja noch was ich immer sage, oder? Nie an hier dran kleben. Ich geh mal, äh, in die Post. Ja. Er hat einen Zombie gepolt. Nicht rein in der Stadt. Da ist jemand, der Post ist jemand. Der Post in zwei. Zwei, zwei in der Post. Ja. Okay. Äh, im, im Supermarkt auch. Hast du ihn? Äh, nein hab ich nicht. Ich hab ihn. Ist da noch einer? Mich hat er ihn erwischt. Ne, ich glaube nicht. So schießt du noch? Ich schieß einen auf, ich schieß einen auf. Ich schieß nicht mehr. Auf mich erschießen. Ja, ich... Konnte ich gerade nicht. Okay, also... Wir haben ihn super nackt, Respekt. Ja, hab ich erwischt gerade. Und pass auf, also aus der Post haben sie auf mich geschossen. Ja. Ah, ich will dieses... Das ist auch bloß eine Kruger rifle. Verdammt. Das ist auch ein bisschen nervig. Oh, der hat gewusst. Sehr schön. Hast du was gesagt, dass ich da mitkomme? Ja, ne, passt schon nicht. Ich sehe einen von denen. Ich werde wahrscheinlich keinen kriegen davon. Anyone here friendly. Am Arsch. Wo sind die? In der Pferde. post waren sie eben ja ich sehe da sie haben auf mich geschossen die schweige auf was hast du geschossen auf einem player der ist bei dem bus bei dem bus sowas sofort sagen wenn ihr irgendwo jemanden sieht christin also ich habe schon ein paar mal getroffen die krugel ist beschissen in weiterentfernung ist eigentlich überhaupt beim bus nein nein es sind ein bus und beim baum also zwei sehen ich sehe alter wo sind wir hier gelandet zu mehr schweiß ich will aus dieser scheiß supermarkt so scheiße auf weiter entfernung sich den typen erst immer noch dahinter das problem ist ich krieg gehen so nicht ich will nicht nur noch ihn verschwenden er hat nach links geschossen ist links von euch einer der kriegt weg er ist immer noch da sehen die ganze zeit aber die waren zu zweit ein habt ihr davon erwischt einen haben wir im supermarkt erwischt und der andere die waren zu zweit in der post ok zwei in der post einer beim baum er ist immer noch hinterm baum ich hab keinen bock gewusst zu werden ich hasse es auf einem fleck so lang zu bleiben ja die in der post gucken langsam raus also ich habe meinen part angefangen jetzt drei kills mehr hoffe ich mal der ist immer noch der baum der sack ich kann ihn leider nicht treffen weil wenn ich ranz um so sehe ich ihn aber wenn ich ranz um sind die scheiße hier gestript und so wieder da ich habe meine kugel jetzt keine munition mehr hast du dort doch noch medium du kann guck mal ob du wechseln kannst drück mal f1 f6 wenn du die waffen hast f6 und dann dann könntest du rechts und auf medium schalten und verschießt nicht so viel das ist wirklich krass wie du schießt hier sind so viel man schon die frage ist jetzt ist er noch da oder der ist noch da ich sehen die ganze zeit ist immer noch hinterm baum sagst du ne die typen sind noch in der post folie steht genau ja ich war eigentlich nicht so viel aber der tipp steht genau in der mauer zu sagen dass man ihn ganz durchsicht aber wo ist der andere der baum ist weg glaube ich echt ich habe gedacht wie guckst du den guckst du noch an verdammt äh nein der ist noch da der ist kurz nach links und dann wieder nach rechts also der ist rechts neben dem baum ist der jetzt nicht mehr der ist nicht mehr hinterm baum der ist weg ich glaube ich sehe ihn noch nein ich glaube der ist wirklich weg ich glaube es ist auch ich habe sie jetzt nicht gesehen wie er weggekommen ist wir haben so einen dreck alter ich hasse es wenn jemand in der poste hat der type dort hätte ich schon längst gekillt aber dank dem typen der post ja der typ ist weg das kauft nicht so viel alter ich höre die ganzen schritte ich weiß nicht wenn jemand hier hinter uns einladen da ist nur volvo ja ja ich bin noch da entweder stellst du stehst auf und läuft aber niemals in der hockey laufen das ist nervig wer hat da geschossen? ich ich hab nur den schalter entlang so ich geh mal hinter den buch noch einsammeln in 10 minuten bis hier hier ist ein center stack braucht den wer? nee der ist der zweitgrößte im spiegel mit alice echt? cool 28 verfügbare slots ist er ich leg den doch gleich mal an wo 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 der schieß gerade auf den zombie wo hey oh ganz am anderen ende von ja hier ist nichts hier ist nichts es ist am anderen ende ja du kannst es irgendwie beschreiben von unserer position aus boah was hat denn alles gehabt ey du brauchst jetzt nicht hier irgendwas hier ist oder so das ist einfach nur dumm also hinten der wollte aus der stadt raus sagen wir es so ja ja da sagt auch irgendwie guck auf die map westlich von uns nördlich von uns ihr seht doch wo ich bin seht ihr mich? ja aber wir sehen ja nicht wo du ihn guckst genau da war der ja gut da war er das ist jetzt weißt du bescheid ja aber wenn du bis jetzt mal jemanden siehst dann gib mir koordinaten oder so einen scheiß das ist mir egal was ja das ist halt unpraktisch und du einfach sagst da ist er hast ja recht also die in unserer Post sind immer noch da na dann hat er einen Stanek dabei? nein leider nicht er hatte eine Colt an der Condor und eine M16 und du? bei dir Gorgon? naja nur eine Kruger und haufenweise zu essen und ein bisschen Muni aber halt auch nur diese Scheiße 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 hier ist noch einer genau wo ich bin er hat gerade noch nicht geschossen ich hab einfach SNG Munition ich weiß wo der ist der ist beim Polizeirautanko wahrscheinlich der läuft weg der läuft aus der Stadt raus wo siehst du ihn? ja ne jetzt seh ich nicht mehr es sind ein Zombie der zu ihm läuft genau er hat direkt mit der Pistole auf mich geschossen als er um die Ecke kam Gott sei Dank hab ich ihm Gott sei Dank hat der Zombie gepult gehabt da ist noch einer schießt du auf den? ja ich schieße auf ihn gerade ah ok fuck ich treffe mich ah jetzt hab ich ihn hast ihn erwischt? ja sauber was mit dem in der Post keine Ahnung ich bin dran kommt zu uns hier herkommen was kann ich denn dort zu kämpfen? aber doch der hat ne warten wir doch nicht doch ein Starnak 30 hat er gehabt gut das ganze ergeben weil eins hab ich selber ja ich brauch keinen Starnak ja wo soll ich jetzt hinzu? achso dann achso dann das ist ein Zombie gebult gell? ja ich hab ihn aber erwischt hast du mit der Pistole vorhin geschossen? ich? ne mit der M4 du? ne ne irgendjemand hat noch mit der Pistole geschossen achso der hat auf mich geschossen eben nein nein den du erwischt hast wo ich auf ihn geschossen hatte da hat noch einer auf mich oder auf irgendein Zombie geschossen mit Pistole das kam hinter mir irgendwo oder rechts von mir also der den du erwischt hast der hat mit Pistole auf mich und ich glaub dann auch ja ich weiß ich weiß das ich hab das auch gehört aber jemand hat rechts von mir hinter mir geschossen hier ist noch Kruger Munition hier ist noch Kruger Munition ähm Volver hast du die M16 eingesammelt? ja kann ich die haben? hier ist noch Kruger Munition da sind noch um die 60 Schuss dort kannst du Starnak droppen? ja warte ich geh ein bisschen weg von dem Zeug dann darfst du nicht alle gemeinsam gehen ja siehst du wo ich bin? ja ja hier ist noch ein Kruger-Rifle kannst du mitnehmen ne? Arsch Backpack na ich hab jetzt schon zwei Kruger-Rifle Jericho Jericho? ja da liegt ne Jericho noch du denn? sie liegt da irgendwo ne Pistole muss man guck ach so ne ich hab ne P92 Pistole also also die in der Post sind ne immer noch auf dem Server ich hab irgendwie Lust die zu töten da äh äh von Bolt aus ja von Bolt aus komm zu uns komm zu mir ich bin tot seid ihr tot? fuck alter sie sind zu zweit pass auf die sind zu dreit komm zu mir ach Mist hast du noch irgendjemanden hier irgendwo in der Nähe? ich nicht ne fuck ey kommst ich renne hier hinten rum ich bin gleich bei dir okay ich hab absolut keine Bandage mehr ey ich weiß nicht ob ich ne ich hab ihn nicht alle scheiße ach so Mist echt hast du noch jemals hier? ja Spawn mal ich seh den zweiten aber er ist zu weit entfernt ich krieg ich nicht ich muss mir neun mal stellen ich muss mir neun mal stellen ich muss mir neun mal stellen was sagst du's Gorgon? ich muss mir neun mal stellen fuck alter ich bin vier fünf Mal erwischt ich bin vier fünf mal erwischt er lebt immer noch unter dem baum ja ich habe aber nur noch wenig funktion kannst du mir noch ist bei mir hier ja genau direkt bei mir okay super ich hatte kaum munition noch halte und wo war der er ist über die straße bei mir dort beim loot kommt was auf dort das genau dort bei mir jetzt in der nähe ja und jetzt ist noch mal spiel abgekallt oder was ich kann mir sagen wo du bist ich war dort wo der blaue pfeil ja ja wo der andere typ ist das kannst du jetzt nicht sagen gegenüber auf der straße habe ich ja doch gesagt okay wer ist noch dort ja scheiße scheiß drauf scheiß auf scheiße